so jetzt ist es soweit er schreit mir durch diese tür rubik entgegen und es passiert hier derweil noch nichts das ist ein fahrstuhl so wie es aussieht also das verstehe ich nicht da geht man zuerst den keller runter damit man wieder rauf fahren darf das ist lang aufzugsmusik hätten sie auch einbauen können so leslie Okay. Ah. Vielleicht geht's hinaus auf Feuerbolterl. Auf der anderen Seite vielleicht auch noch was. Yeeeah. 2 sogar. Oh geil. Oh. 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 Na gut. Wiederhinein. Oh. Okay, die geht nicht auf. Die wahrscheinlich schon. Okay, das machen wir nach dem Sessel. Okay, das geht nicht auf. Ich habe jetzt nochmal Stufe 3, da habe ich verbessert. Wurscht, wurscht, wurscht. Hoffentlich haben wir aufs richtige Pferd gesetzt. Das ist... Okay. 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 Ich weiß, dass du da draußen bist. Hör mir zu, verdammt! Ignorier mich! Passen Sie auf sein Auge auf. Was? Wenn Sie leben wollen, meiden Sie Ruviks Auge. Passen Sie auf sein Auge auf. Was soll das bedeuten? Das werden Sie sehen. Okay. Armer Kerl. Ruhe in Frieden. 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 Oha. What the fuck? 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 Whoa. 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 Who the fuck? Whoa. He's trying. Oh. 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 Okay. 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 Oh, jetzt bin ich tot. Ah, Schlampe. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, nicht deine Ernst. Nicht deine Ernst. Oh. Burn, baby burn. Da kann ich eine Leiter auf Leiter. Oh. Oh. Oh, ich bin sowas von im Arsch. Und ich werde eingekreist. Ah, wunderbar. Oh. Oh. Oh, das ist ein neues Loch. Oh. 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 Oh, ich bin bald sowas von im Arsch, Leute. Aber sowas von. Oh. Oh. Oh, man. Oh. Oh, ich lebe noch. Oh, ich bin bald. Oh, ich bin bald. Oh, ich bin bald. Juhu! Nein! Das war jetzt uncool! Ahhhhhhhhhh Fuck it! Das war's! Das war's! Ah, ich glaube, da muss man echt alles nochmal machen. Ah, ich glaube, da muss man echt alles wegnehmen. Oh, das ist nicht gut. Nicht gerade jetzt, Alter. Ja, Leute, die Folge wird ein bisschen länger, aber... Oh... Nein! Oh, Gott sei Dank. Oh, Gott sei Dank. Oh, du bist eine Schlampe, Alter. Oh, Gott sei Dank. 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 Oh, Gott sei Dank.